Ja, schön, dass ihr wieder reinschaut hier zu dem Natur- und Technikkanal AmazingNatureAlpha. Und ja, mein Name ist Michael, ihr kennt mich hoffentlich. Und heute geht es mal wieder über Makrofotografie. Und ist ein bisschen ein selbstsames Video für mich, weil eigentlich habe ich das jetzt hier nur für mich gemacht. Aber wie es dann immer so oft ist, ich brauche ja Content und natürlich denkt man sich dann immer, naja, mein Schwerpunkt ist unter anderem auch Makrofotografie. Wenn ihr AmazingNatureAlpha oben in die YouTube-Suchleiste eingebt, dann wird seltsamerweise als erstes Schlagwort dahinter Makro vorgeschlagen. Das heißt, meine ganzen Makro-Videos, die ich schon gemacht habe hier auf dem Kanal, die sind halt bisher ganz gut angekommen. Und da habe ich ja schon vor einigen Jahren welche gemacht, wie man hier retro die Linsen hinbaut, wenn man kein Makroobjektiv kaufen will etc. Was es da nicht alles für Spielarten gibt. Ich habe euch tausende Makroobjektive vorgestellt, die ich in meinem Leben hier schon vor der Kamera hatte. Ja, und heute habe ich eigentlich nur so ein Projekt für mich gemacht. Und zwar habe ich hier bei uns im Treppenhaus so eine Ameisenjungfer, heißt die glaube ich? Ja, richtig. Es war die Ameisenjungfer, heißt deshalb so, weil sie sich unter anderem von Ameisen ernährt, die sie fangen kann und dann verspeist. Und es ist eigentlich so ein, ja, sieht aus wie eine kleinere Libelle, hat auch so einen langen Körper, sieht eins zu eins so aus. Ja, und ich dachte mir, wow, was für ein cooles Insekt. Und ich habe euch ja schon mal erklärt, wie ich so Insekten finde. Meistens irgendwie in Treppenhäusern, Parkhäusern, an Fensterbänken. Guckt da mal hin. Und die Insekten, die dürfen natürlich da nicht schon ewig lang rumliegen, weil dann sind sie extrem verstaubt. Und in dem Video möchte ich mal so ein bisschen darauf eingehen, wie ich das eigentlich anstelle, dass die Insekten möglichst staubfrei auf dem späteren Foto dann zu sehen sind. Und ja, und ich zeige euch mal, was ich heute hier aufgebaut habe und warum und wie ich da vorgegangen bin und was ich für Fotos gemacht habe. All das seht ihr in diesem Video. Deshalb, los geht's. Ja, ihr seht schon, hier jetzt hier so ein, ja, wie nennt man das, so ein einarmiger Bandit, der hier was festhalten kann. Da habe ich jetzt zuletzt eben den Flügel eingeklemmt, weil ich weiß, das Insekt werde ich jetzt gleich wieder der Natur übergeben. Dementsprechend ist es natürlich am Anfang so, dass ich nichts verdrücke, was ich später noch fotografieren will. Aber weil das der letzte Shot war, ich habe ein Foto von dem Flügel noch gemacht, das blende ich euch dann später noch ein, habe ich es dann eingeklemmt hier. Normalerweise mit einer Krokoklemme würdet ihr das Insekt natürlich zerstören. Ja, wie bin ich vorgegangen? Wollen wir mit der Technik starten oder wollen wir mit dem Insekt starten? Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Insekt an. Wie gesagt, wo findet ihr sowas? Möglichst tagesfrisch an irgendwelchen Fensterbänken, damit es noch nicht so verstaubt ist. Vielleicht aber auch irgendwo in der Natur seht ihr mal irgendwo ein totes Insekt liegen. Packt euch das ein in so ein kleines Kästchen. Ja, das wird jetzt schon nerdy, ich weiß, aber das gehört dazu, wenn man solche Bilder machen möchte. Und ich habe da auch gar keine Pinzette dabei oder so. Hier liegen jetzt Pinzetten, aber die habe ich unterwegs auch gar nicht dabei. Ich habe nur so ein kleines Kästchen im Rucksack, damit man einfach mal irgendwie ein Samenschirmchen von einem Löwenzahn oder irgendwas filigranes, was man später noch im Makro hier im Studio fotografieren will, eben aufheben kann, dass es nicht zerdrückt wird, habe ich einfach so ein kleines Metallkästchen im Kamerarucksack. Oder Plastik gibt es da auch ganz normal. Ja, nehmt sowas einfach in den Rucksack mit, damit ihr auch möglichst das Insekt dann nicht verdrückt, um es nach Hause zu transportieren. Ich habe auch schon mal, das Video kann ich euch am Ende ja mal einblenden, diesen Fleckleibbär. Das ist ein schöner weißer Falter. Habe ich ja auch mal fotografiert und der hat ja so Hörfühler. Ganz filigran und ganz toll schaut das aus. Da habe ich mal ein schönes Video drüber gemacht, ist gut angekommen bei euch. Und die Hörfühler sind extrem empfindlich. Wenn du dagegen kommst, sind die sofort ab. Und dann habe ich dieses Hörfühlerchen halt separat auf weißen Grund nochmal fotografiert und dann hinretuschiert. Lange Rede, kurzer Sinn, schaut es euch einfach dann an. Ich verlinke es euch am Ende nochmal. Okay, wie geht es dann weiter mit dem Insekt? In dem Fall hier diese Ameisenjungfer. Ich mache das sehr gerne. Ich habe Insektennadeln. Und was ich aber gar nicht gerne mache, ist, dass ich die Insekten damit aufspieße. Das finde ich persönlich so ein bisschen eklig. Und mich gruselt es da selber auch. Dementsprechend habe ich mir da einen ganz coolen Trick von einem Amerikaner abgeschaut. Das ist so ein älterer Mann, der macht sehr, sehr schöne Makro-Videos. Und der nimmt praktisch diese Insektennadel, die kann man kaufen auf Amazon, kann ich euch unten auch mal verlinken. Überhaupt dieses ganze Zeug, über was ich heute rede, versuche ich euch unten zu verlinken. Das ist natürlich jede Menge. Ich denke auch nicht, dass ich alles reinpacken kann, aber das Wichtigste jedenfalls. Jedenfalls nimmt er diese Insektennadel und tungt sie so ein bisschen in Sekundenkleber. Und wenn du damit dann das Insekt berührst, dann bleibt das sofort kleben. Und dann könnt ihr nämlich das Insekt so hindrapieren, wie ihr das möchtet. Dann dippt ihr das eben so ein bisschen mit der Nadel und dem Sekundenkleber an und das haftet sofort. So, dann habe ich hier so ein Blue-Tag. Das ist so ein extrem langlebiger, also da habe ich einen Streifen gekauft, der hält wahrscheinlich jetzt eine Million Jahre, weil ich brauche ja immer nur so ein kleines Stück und das kann man immer wieder verwenden. Damit kann man dann einfach hier die Nadel so hinkleben und ich mache das dann auch sehr gerne, um das Tierchen staubfrei zu bekommen. Ich habe da ein Mikroskop tatsächlich stehen. Ihr könnt aber auch eine starke Lupe oder irgendwas anderes nehmen. Und dann gehe ich her und gucke mir das mal an. Ist das staubfrei? Hat das Pollen drauf? Wie stark ist der Verschmutzungsgrad? Ist überhaupt das Facettenauge noch intakt? Weil das hat man ja auch oft, wenn die Insekten nicht gerade taufrisch sind, dann sind die Insekten, die die Facettenaugen schon so, haben so eingebrochene Fensterchen und so. Das schaut ein bisschen blöd aus. Dementsprechend sind wir natürlich immer auf der Jagd nach möglichst frischen Insekten. So, und auch diese Ameisenjungfer, die hatte natürlich Staub drauf. Das ist ganz klar, die haben ja ganz viele feine filigrane Haare. Da bleibt Staub und Pollen haften. Dann setze ich das mit diesem Pin in ein Ultraschallbad. Ich habe da so ein kleines Ultraschallbad, wo man Uhren reinigt, Schmuck reinigt. Einen Tropfen Pril rein, möglichst destilliertes Wasser verwenden, damit es keine Kalkflecken auf dem Insekt gibt. Und das dann einfach für wenige Sekunden, vielleicht so 60 bis 90 Sekunden, in dieses Ultraschallbad reingeben. Das lockert die meisten Pollen und Staubflusen auf dem Insekt. Dann kann man natürlich das verfeinern, man kann das sich wieder unter dem Mikroskop anschauen. Man kann mit Pinselhärchen versuchen, das Insekt zu frisieren, tatsächlich die Härchen wieder aufzustellen. Man kann dann, was ich auch sehr gerne mache mit so einem Blasebike, da hinten ist einer, ihm die Frisur wieder so ein bisschen hinpusten, weil das sieht dann natürlich aus, so wie ihr halt aussieht, wenn ihr ins Schwimmbecken fallt. So kommt das Tier dann raus und hat alle Haare runterhängen und die Flügel hängen runter. Und das muss man dann wieder so ein bisschen trocken föhnen und hintrapieren. Das ist schon eine Kunstform, ja. So, und wichtig, besonders wichtig, es ist durch das Ultraschallbad dann wieder weich geworden, sodass wir auch die Fühler wieder in Position bringen können. Weil ein totes Insekt hat meistens die Fühler so nach unten hängen. Wenn ihr mal ein Makro seht auf Instagram und die Fühler hängen so nach unten, ist das ein Zeichen dafür, dass das halt einfach ein totes Insekt war und derjenige da vielleicht nicht sich gut ausgekannt hat und das nicht in den Griff gekriegt hat. Aber wie gesagt, durch das Bad könnt ihr es einweichen, dann ein bisschen hinföhnen, vielleicht mit der Pinzette, ich habe dann hier so spitze Pinzetten, die Fühler wieder so ein bisschen in Position heben, dass das einfach wieder lebendiger aussieht, das Tier, ja. So, und dann habe ich das einfach hier mit diesem Blu-Tag hier auf, übrigens nehme ich da auch immer gern so ein Transparentpapier, das kann ich euch auch mal unten verlinken. Das ist nämlich sehr schön, das ist sehr staubfrei, da könnt ihr sauber drauf arbeiten. Wenn da mal ein Tröpfchen Wasser drauf ist, wird das auch von einem Insekt weggesaugt. Ganz tolle Sache eigentlich. Und darauf puste ich das dann auch trocken, ja. Und ist ein bisschen nerdy, das Thema, ganz klar, ne. Also da muss man schon ein bisschen verrückt sein, wenn man das so macht. So, umso besser ihr das perfektioniert, desto weiter genialer wird euer Ergebnis werden. Falsches Deutsch, aber egal. So, bei mir ist es schief gegangen und das gehört auch dazu, Rückschläge. Ich habe das Insekt 90 Sekunden ins Ultraschallbad und das war zu lang. Teilweise sind die kleinen Fensterchen in den Flügeln dadurch zerstört worden, dann diese Ultraschallvibration geht natürlich auf filigrane Sachen los. Also die kleinen Fensterchen im Flügel sind zerstört worden. Das hat mich so ein bisschen geärgert, weil ich ihn dann fotografieren wollte. Aber ich konnte es Gott sei Dank noch retten. Ich habe einen Ausschnitt dann fotografiert, wo eben die Fensterchen meistens alle da waren. Und diejenigen, die dann kaputt waren, habe ich später retuschiert. Ihr seht das ja bei den eingeblendeten Aufnahmen. Ich hatte dann die Lampen hier links und rechts so hingestellt. Dauerlicht ist halt da eine ganz schöne Sache. Es ist zwar nicht so stark wie Blitz, aber es ist halt eine schöne Sache, weil ihr habt halt ein sauberes Licht drauf und ihr könnt das direkt halt justieren, einstellen, verrutschen. Je nachdem, wie ihr das braucht. Beim Blitzen ist das halt immer so ein bisschen eine Herantasten Sache. Ich habe ja auch hier diese Godox Makro Blitze. Die sind auch sehr schön für diese Art der Fotografie. Aber es ist halt hier innen, im Innenraum ist es sehr dunkel. Wenn ich das hier einstelle, sehe ich nichts. Brauche ich trotzdem wieder ein starkes Licht drauf. Also stelle ich gleich Dauerlampen hin. So, dann Hintergrund hatte ich keinen gescheiten. Ihr habt das ja gesehen bei den eingeblendeten Aufnahmen, habe ich dann einfach hier so meine Lichtsticks verwendet. Die kann man ja in allen Farben einstellen. Und dann habe ich die so ein bisschen im Bouquet dahinter gelegt und auf grün gestellt, dass es so ein bisschen nach Natur aussieht. Später in der Nachbearbeitung habe ich aber dieses Grün dann noch Richtung Blau verschoben, weil dieses gelbe Insekt mit dem Blau Komplementär einfach so krass aussieht. Kann das aber auch einfach natürlich lassen und eben hier so simulieren, dass es hier eben ein grüner Hintergrund ist. Das ist übrigens die schnelle Variante. Wenn ich mir viel Mühe gemacht hätte, dann hätte ich das feuchte Insekt mit der Pinzette auf einen Ast gesetzt. Ja, und je mehr das dann austrocknet, desto mehr versteift es sich dann auch wieder. Und das hält sich dann auch tatsächlich an dem Ast wieder fest. Und dann wäre das eben auch eine Möglichkeit gewesen, das einfach auf so einen Ast zu drapieren, sodass es sich an einen Ast festklammert. Dann hätte es das ausgesehen, als hätte ich das in der Natur draußen fotografiert. Kann man auch machen oder das auf den Blatt setzen und hintrapieren geht alles. Ist aber Übungssache und es ist künstlerisch. Also man muss da schon ein bisschen Künstler sein, um dieses Insekt in seiner Schönheit da wieder hinzustellen, als wäre es lebendig. Das hat schon was mit Kunst zu tun. Und wer den Auffang nicht betreiben will, bleibt einfach dabei, positioniert das hier. Ich habe es dann so aufgekippt, als würde es gerade so hoch fliegen. Und ja, kommen wir zur übrigen Technik, die ich dazu verwendet habe. Und zwar seht ihr schon, heute habe ich was ganz abgespacedes hier. Das ist übrigens keine Werbung, das habe ich mir selber angeschafft. Das kostet auch ein unglaubliches Vermögen. Habe ich mich danach auch geärgert, dass ich so viel Geld ausgegeben habe. Aber wo ich eben diesen schwachen Moment hatte, um mir hier diesen Balken von Novoflex zu kaufen, habe ich mir gedacht, Michael, du weißt ganz genau, alles was du von Novoflex hast, hast du für die Ewigkeit. Jedenfalls, solange ich lebe, das kriegst du nicht kaputt. Das ist das Qualitativste, was es auf der Welt gibt. Auch wenn ihr so ein Stativkugelkopf, der kostet halt bei Novoflex 350 Euro aufwärts. Aber den hast du halt dein Leben lang. Das muss man halt bedenken. Aber auch ich habe auch nicht so das Geld so locker sitzen, dass ich jetzt hier Novoflex Stativköpfe habe, auch wenn ich die genial finde. Aber ich habe keinen einzigen. Heißt, ich es mir persönlich noch nicht geleistet habe, vielleicht irgendwann mal. Da gehen einfach andere Sachen vor, erst mal. Und ich habe mir dann hier diesen Balken gekauft von Novoflex. Und jetzt erkläre ich euch erstmal, was der macht. Also, in der Makrofotografie gibt es mehrere Möglichkeiten. Du kannst ein ganz normales Makroobjektiv nehmen und ein Foto machen. Dann hast du meistens den Maßstab 1 zu 1. Und ein Makroobjektiv von Sony, das kostet halt schnell mal 900 Euro. Wenn du das nicht machen willst und sagst, ich habe ein kleines Budget und ich will kein großes Geld ausgeben, dann kauf dir doch auf Ebay einfach so eine alte Minolta-Linse zum Beispiel. Ja, wichtig ist dabei, dass die ganz manuell ist, also dass der Blendenring sich eben manuell öffnen und schließen lässt. Und halt, das Ding hat keinen Autofokus, das hat gar nichts. So, das ist der erste Punkt. Ihr kauft euch irgendein Minolta-Objektiv, zum Beispiel ein 50mm f1.7 gibt es für 20 Euro auf Ebay, vielleicht für 30. Ja, die sind mittlerweile sehr im Trend wieder und beliebt geworden. Ich habe hier das 50mm f1.4 gehabt. Das habe ich mal sehr, sehr in einem Top-Zustand für 84 Euro geschossen. Seitdem ich das immer wieder erwähne, sind die auf Ebay natürlich auch so ein bisschen teurer geworden, weil dann steigt natürlich die Nachfrage. Viele von euch gehen dann zu Ebay, gucken, aha, da sind nur 10 Stück, die werden schnell weggekauft. Dementsprechend steigt der Preis dann wieder. Naja, ich hatte hier Glück und habe einen zu 85 Euro bekommen und das ist erste Sahne, als wäre das neu. Ja, ganz toll. Bin ich ganz verliebt drin. Ich liebe diese Retro-Linsen. Okay, wie gesagt, kauft euch das 1.7er. Ist auch lichtstark genug. Ihr geht ja eh bei Makro auf eine Blende 8 meistens. Also ihr geht ja da nicht auf die offenste Blende, ist zu unscharf und habt da zu wenig Schärfentiefe. Also geht ihr eh auf eine 8. Dann könnt ihr auch einen 50.1.7 nehmen bei Ebay zum Beispiel. Oder Ebay kleiner zeigen, findet ihr da tolle Minolta-Linsen. So, und was machen wir jetzt? Wir schrauben das an die Kamera, dann wäre es ja kein Makro. Aber es gibt einen Trick. Wenn wir das auf Abstand zur Kamera bringen, ja, dann habt ihr eine stärkere Vergrößerung. Dann könnt ihr praktisch, die Naheinstellgrenze des Objektivs nimmt ab und ihr könnt noch näher ran und plötzlich habt ihr ein Makro-Objektiv. Obwohl das Ding 20 Euro gekostet hat, ja. Wichtig dazu zu wissen ist, dass ihr braucht eben Abstandshülsen, die euch eben dieses Objektiv auf Abstand zu dem Sensor bringen. Ja, da gibt es verschiedene Makro-Extender oder Ringe, teilweise auch mit Kontaktübertragung. Also wenn ich jetzt einen Sony-Kontaktring habe, der würde mir das Autofokus-Signal sogar noch eben durchschleusen und dann kann ich die Blende auch bedienen. Darauf verzichte ich bewusst. Ich habe ja eh ein altes Objektiv, wo ich die Blende selber einstellen kann. Und die elegante Lösung, und da verlinke ich euch auch mal eine günstige Version für 50 oder 30 Euro rein, ist natürlich so ein Balgen. Weil den kann ich stufenlos verstellen und muss da nicht immer einen Ring dazwischen schrauben, das Ding wieder abschrauben, reinschrauben und wie auch immer. So, aber den kann ich stufenlos halt verstellen und kann das Objektiv extrem weit vom Sensor entfernen. Das hat natürlich irgendwo auch seine Grenzen, denn dann löst sich auch irgendwann diese Schärfe, diese wahnsinnige Schärfe, die dieses Objektiven mitbringt, einfach aus physikalischen Gründen. Es wird einmal immer dunkler, das Bild, und es wird dann irgendwann, ab irgendeinem Punkt merkt man halt, jetzt ist es ausgereizt, jetzt wird es auch nicht. Es wird zwar größer, aber auch unschärfer dabei, ja, das ist so der Punkt. Also ich glaube, das, was ihr jetzt seht, ist so das Maximum, was ich jetzt in den Bildern, die ihr dann später seht, auch verwendet habe. Okay, das ist der erste Punkt. Ihr habt das richtig rum und bringt es auf Distanz. Jetzt wird es aber ganz extrem. Ihr könnt das auch umgekehrt anbauen. Da gibt es Retro-Adapter, die haben einen Gewinde, da schraubt ihr das Objektiv rein. Wenn das nicht passt, müsst ihr diese Filter-Zwischenringe nehmen, haue ich euch auch unten in die Beschreibung. Dann könnt ihr das adaptieren und dann habt ihr das umgedreht dran. Und dann passiert folgendes, ihr habt einen noch viel krasseren Vergrößerungsmaßstab. Je weitwinkliger das Objektiv ist, das ihr dazu verwendet, zum Beispiel, also hier habe ich einen 50mm, noch krasser wird der Effekt. Wenn ich einen 24mm kaufe, auch hier, gerne mal auf Ebay schauen, Tokina Minolta 24mm, 28mm, schlagt da mal zu, kauft euch da eins und dreht das umgekehrt, baut das umgekehrt an eure Kamera ran. Ist nicht so ganz easy, weil dann gibt es schon so Streulicht-Problemchen, gerade je weitwinkliger das ist, desto stärker treten die auf. Da merkt man schon, ja, da ist so ein bisschen Streulicht da. In dem Fall ist es gar nicht so schlecht, ich zeige euch das mal, ich drehe das mal rein. Denn hier wird das Streulicht so ein bisschen durch den Novoflex-Adapter abgeschattet, den ich da einfach dran lasse. Den brauche ich nämlich, um das umgekehrt hier anzubauen. So, um da mal was zu sagen, dieser Balken mit allen Adapterscheiben, die ich brauche, weil ich will ja zum einen das Minolta richtig rum hinbauen können, ich möchte es aber auch mit Retro hinbauen können, das heißt, ihr braucht zwei verschiedene Ringe, ihr braucht hinten den E-Mount-Anschluss und, 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 da summiert sich einiges nach oben. Und dann habt ihr zwar ein hochpräzises Teil, was ihr euer Leben lang haben werdet, aber das hat halt auch einfach 650 Euro gekostet. Und die schmerzen mich jetzt noch, ja, ganz ehrlich. Wenn ihr diesen Schnickschnack gar nicht wollt, mit diesen tausenden Ringen und, 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 dann brauchst du noch den Ring und den Ring und den Ring und euch ist das alles zu blöd, euch das zusammenzusuchen, dann verlinke ich euch natürlich das Mercedes-Luxus-Modell nach unten rein von Novoflex. Und zwar ist das ein Canon oder Sony E-Mount-Balken, der das Signal durchschleust. Das heißt, ihr habt einen E-Mount hier, ihr habt einen E-Mount vorne und ihr habt ein Kabel, was praktisch den Kontakt aufs Objektiv sicherstellt. Ihr könnt die Blende verstellen, ihr könnt fokussieren und ihr könnt das Objektiv auf Abstand bringen. Das heißt, ihr könnt irgendwie ein Sony-Objektiv nehmen, zum Beispiel ein 24er oder ein 50er, weil ihr könnt die Blende ja ansteuern. Ansonsten würde die immer ganz zugehen, wenn sie nicht unter Strom ist. So, jetzt wird es aber noch abgespaceder. Ihr könnt dann diesen Autofokusring, der das Signal per Kabel überträgt, abmachen von den Balken und könnt das Objektiv in Retro-Stellung anbringen und flanscht den von der Seite, wo die Kontakte sind, einfach wieder dran. Und dann habt ihr auch wieder die volle Bedienbarkeit. Das heißt, ihr könnt mit diesen Balken, der kostet 850 Euro, da könnt ihr alles mitmachen. Und ich wollte halt noch ein bisschen Geld sparen und habe mir den für 650 gekauft. Aber da müsst ihr natürlich rummachen, welchen Adapter brauche ich hier, welchen brauche ich da, welche Ringe brauche ich und so weiter. Ist gar nicht so easy auf der Novos Flex-Seite, finde ich. Das ist ein bisschen kompliziert. Also, wie gesagt, ich packe euch den unten auch mal rein. Das ist die Mercedes-Lösung. Wenn ihr eine E-Mount-Kamera habt, schließt ihr den einfach an und könnt vorne ein E-Mount-Objektiv verwenden. Und zwar in der Stellung und in der. Perfekt, da geht es nicht. Kostet aber 850 Euro. Nur so viel dazu. Okay, dann geht es natürlich los. Ich muss das Bild stacken. Wir haben bei diesem Vergrößerungsmaßstab, der jenseits von einem 1 zu 1 Makro liegt, eine geringe Schärfentiefe. Wenn ich vor allem so ein riesen Insekt habe, wie das, was ihr jetzt hier seht, das ist ja 4 cm lang. Das habe ich auch nicht komplett durchgesteckt. Das war mir dann auch zu much. Ich habe jetzt so im Schnitt 45 Bilder gemacht. Also, ich mache ein Bild und dann verschiebe ich die Kamera mit dem Makroschlitten, der hier drunter ist. Der ist von Nisi. Den habe ich euch auch, glaube ich, schon mal vorgestellt. So, der hat eine Kurbel dran. Da kann man die Kamera ganz präzise immer ein Stück weiter fahren. Dann mache ich immer so eine halbe Umdrehung. Drücke wieder durch. Noch toller ist es natürlich, ich habe einen Fernauslöser in der Hand. Das habe ich mir alles gar nicht gegönnt. Ich habe auch kein super stabiles Stativ darunter stehen. Das ist das Tink-Tink-Wing. Also, ich habe jetzt hier wirklich nur, weil wir halt eben nur in einem Bereich bis 5 zu 1 Makro gegangen sind heute. Also, ich jedenfalls hier war ja mein Projekt hier irgendwie, da bin ich nicht weiter als 5 zu 1 gegangen. Wenn ich jetzt noch ein 24er dran geschraubt hätte, dann wären wir schon jenseits von 5 zu 1 gelandet. Irgendwo so bei 8 oder 10 zu 1. Das ist schon extrem groß. Da habt ihr dann schon das Facettenauge-Format füllend langsam auf dem Bild drauf. Und dann reicht natürlich eine halbe Umdrehung mit dem Nisi-Schlitten nicht mehr. Da müsst ihr vielleicht nur noch so ein bisschen, also fünf Minuten immer weiter drehen, dass ihr da nicht zu große Schritte macht. Und so mache ich das. Ich mache dann ein Foto und da braucht ihr natürlich möglichst einen Fernauslöser, stabileres Stativ, wenn ihr wirklich hergeht und in solchen Vergrößerungsmaßstäben arbeitet. Aber für diesen Setup-Aufbau und 5 zu 1 ist wirklich schon riesig, hat das hier wunderbar funktioniert. Okay, soweit zur Technik. Ich habe dann auch noch mal ein Foto gemacht mit dem Laowa Macro Probe. Sorry, nicht Macro Probe, das ist das normale 5 zu 1 Makro, das 25er Weitwinkel. Das kann man ja verstellen von 2,5. 5 zu 1, zu 5 zu 1 und 5 zu 1 ist dann auch gar nicht mal mehr so scharf. Und ja, ich würde sagen, ich starte einfach mal, indem ich euch mal ein paar Ergebnisse einblende. 3. 5. 6. 6. 7. 7. 7. Okay, ihr habt die Bildshow gesehen. Ich denke, das war schon beeindruckend und überzeugend, wie stacke ich diese Bilder zusammen. Das mache ich mit Photoshop zum Teil. Also wenn ihr Lightroom und Photoshop habt, dann könnt ihr das mit Photoshop stacken. Ich würde aber sagen, Photoshop ist gut bis zu 25 Bilder. Und dann kommt auch immer darauf an, wie weit habt ihr durchgestackt, wie viel Millimeter hat das ausmachen müssen. Photoshop ist da nicht so das Programm der ersten Wahl. Aber ihr habt, wenn ich euch das Bild jetzt nochmal einblende, dieses Bild ist mit Photoshop entstanden. Und das ist für mich wirklich ganz gut geworden. Und das waren übrigens 43 Steckenbilder. Also auch jenseits von 25 Bildern kann das gut funktionieren, wenn ihr sauber hier mit einem Schlitten arbeitet und das von vorne nach hinten durchfahrt. Also Photoshop ist die erste Wahl, weil das haben viele von euch sowieso. So, wenn ihr sagt, ihr macht das öfter und ihr wollt das noch perfektionieren, dann kommt ihr an Helikon Focus Pro gar nicht vorbei. Das ist ein Programm, was eben noch viel mehr Ebenen stacken kann, in eine Affengeschwindigkeit, muss man wirklich sagen, wenn ich die TIFFs in 16 Bit da reinlade, also wenn ich da 45 TIFFs reinlade, dann sind die in 5 Sekunden geladen. Ja, wenn ich das in Photoshop mache, dann sitze ich da und kann mir einen Kaffee holen. Ja, also Helikon Focus gibt es für, also die Lizenz gibt es für 90 Euro, für 200 Euro und 400 Euro. Ich habe die mittlere Lizenz und zwar die Lifetime Lizenz. Ihr könnt da ein Abo abschließen, wo ihr weniger zahlt im Monat. Hat den Vorteil, ihr habt immer die neue Version. Ich habe mich aber für die Lifetime Version für 193 Euro oder so entschieden. Und wenn ich euch das Bild jetzt mal einspiele von dem, wo ich euch gerade die Photoshop Stack gezeigt habe, den Photoshop Stack, dann seht ihr, dass es nicht viel besser ist an der Stelle. Ja, aber wenn ihr dann in die größeren Maßstäbe geht, dann schätze ich natürlich schon die, ihr habt natürlich immer so Höfe, die zum Beispiel zwischen Härchen sind, die werden dann so weich und matschig. Und da könnt ihr nochmal mit dem Pinsel super rausarbeiten und das geht so spielend einfach bei Helikon Focus. Also ich möchte es nicht mehr missen. Es ist einfach ein geniales Programm. Wie gesagt, es gibt beides. Ihr braucht auf jeden Fall eine Stacking Software, um eben das hier zu machen. Dann, wie gesagt, macht er halt je nachdem, wie tief ihr das macht. Ich hätte jetzt auch bis zum letzten Element des Flügels das decken können. Hätte ich halt dann 100 Bilder gebraucht oder 200 Bilder, je nachdem, dann könnt ihr halt das ganze Insekt darstellen. Aber ja, das kommt immer so ein bisschen darauf an, was habt ihr für eine Vergrößerung und wie weit wollt ihr da durchstecken. Okay, zum Abschluss habe ich noch den Flügel, das habe ich euch zu Anfang erzählt, den ich jetzt so lieblos eingequetscht habe, den Flügel fotografiert. Denn der, wenn ihr da mal genau hinschaut und bei Makro geht es halt echt oft auch einfach drum, mal vorher genau hinzuschauen, damit ihr wisst, welche genialen Details findet ihr dann an so einem Insekt. Und die Flügel von Insekten haben sehr, sehr häufig so einen Perlmutt-Schimmer drauf. Und mir ist das bei dem Flügel hier auch sofort aufgefallen. Am Anfang dachte ich so, naja, diese Fensterchen sind leer, gibt aber gar keinen Sinn, weil dann hätte das Insekt ja kaum Auftrieb. Aber die Fensterchen sind ausgefüllt mit einer ultradünnen Folie. Und diese Folie hat auch, habe ich hier so im Licht gespiegelt, habe ich sofort gesehen, ist auch ein Perlmutt-Effekt drauf. Und ja, dann habe ich den einfach mal kerzengerade vor die Linse in 5 zu 1 fotografiert mit dem Laowa. Und das Ergebnis ist einfach atemberaubend. Das sind 13 Bilder. Ich habe zwei Fotos gemacht. Wie gesagt, ich hatte so ein bisschen zu kämpfen wegen den Kästchen, die manchmal durch das Ultraschallbad hier zerstört waren. Und es haben 13 Bilder, waren nötig. Also ich konnte nicht nur zwei machen oder drei, weil durch das Einklemmen der Flügel sich ein bisschen verbogen hat. Also er ist ja, das Insekt kann den Flügel ja ganz schmal zusammenlegen. Also er ist ja faltbar in seiner Konstruktion. Überhaupt, wenn ihr euch das mal anschaut, das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich Christ bin, weil ich nicht glaube, dass so etwas von selber entstehen kann. Das ist für mich völlig ausgeschlossen. Ja, will ich natürlich auch niemanden irgendwie angreifen. Da kann jeder seine eigene Ansicht haben. Aber für mich ist das ganz, ganz klar, dass so etwas aus einem so kleinen Ei, das ist einfach ein Wunder. Das kann keiner bauen. Das kann nicht von selbst entstehen. Da bin ich einfach fest der Überzeugung. Wenn ihr euch die Konstruktion mal anschaut, da bedarf es einfach eines Konstrukteurs. Wenn ihr euch das Design anschaut, bedarf es eines Designers. Allein schon dieser Perlmutschimmer, der da drauf ist. Wir finden in der Natur so viele unglaublich schöne Dinge, die einfach schön sind. Und nicht, weil sie funktionieren müssen oder weil das aus Evolutionsgründen wichtig gewesen wäre, sondern weil es einfach ein Design ist. Und das hat gar nicht mal so eine Funktion. Es ist einfach nur schön. Und so ist es bei diesem Perlmuttflügel auch. Er ist einfach wunderschön in seiner Bauart. Er hat eine unglaublich komplexe Konstruktion. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie das aus so einem mikroskopisch kleinen Ei sich entfalten kann. Das ist übrigens auch das Apfelkernprinzip, wie der Baum später wächst, wie er riecht, wie er sich anfasst, wie groß er wird, welchen Durchmesser er entwickelt, wie die Baumringe aussehen, wie die Blüte aussieht, wie die Blätter aussehen, wie sie funktionieren, wie die Blüte riecht. Wie sie gleich die Befruchtbarkeit mit integriert hat, wie sie aussieht, die Blüte, habe ich das schon gesagt. Und vor allem dann, wie dann das Irrsinnigste passieren kann, was überhaupt passieren kann. Es wächst eine Frucht. Die Frucht hat eine Schale, die hat ein Design, die schaut wunderschön aus. Die hat ein Gehäuse, die hat Vitamine. All das ist im Genpool dieses kleinen Apfelkerns drin. Ähnlich hier bei dem Insekt. Ein Mini-Ei und es entfaltet sich so eine unglaubliche Konstruktion, die in ihrer Funktionalität nicht übertroffen werden kann. Die einfach sich da entfaltet und funktioniert. Und ganz zu schweigen von dem Gelenk an diesem Insekt oder an diesem Flügel, was diesen Flügel mit so und so viel tausend Schwingungen pro Sekunde eben bewegen muss. Und all das, wie gesagt, ist meine feste Meinung, kann nicht von selber entstehen. Deswegen bin ich so froh, auch immer, wenn ich solche Details mir anschauen kann, wenn ich die Möglichkeit habe, das darzustellen. Und ja, und dann auch noch diese Schönheit dahinter sehe. Da bin ich immer wieder total von den Socken. Okay, zurück zum Thema. Ich denke, ich habe euch jetzt alles gesagt, was es dazu irgendwie zu sagen gibt. Ihr habt gesehen, was ich heute gemacht habe. Wie gesagt, ich wollte eigentlich gar kein Video machen und dachte mir jetzt halt am Ende doch, hm, jetzt hast du das Zeug schon hier stehen. Jetzt gibst du diesen Mehrwert auch weiter an andere, die vielleicht das nachmachen wollen, die vielleicht sich interessieren in der Richtung Makro. Da gibt es noch ganz viele andere Spielarten. Wir können natürlich den Vergrößerungsmaßstab jetzt noch aufblasen bis ins Unendliche und das können wir beim nächsten Mal problemlos gerne machen zusammen. Vielen Dank, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.